Was ist wahrscheinlicher? Kopfschuss überleben oder aus dem Gefängnis ausbrechen? Kopfschuss überleben habe ich schon mal mitbekommen. Gefängnisausbruch sehr unwahrscheinlich. Geh mit dem Kopfschuss. Kopfschuss ist richtig. Dritte Weltkrieg bricht aus oder ein Attentat auf Putin. Dritter Weltkrieg heutzutage kann es möglich sein. Attentat auf Putin, unwahrscheinlich. Dritter Weltkrieg. Attentat ist wahrscheinlicher. Ein Formel 1 Fahrer werden oder jemals einen Ferrari besitzen. Ich weiß auf jeden Fall, Formel 1 Fahrer ist schwer, muss man einen Dickasche haben. Geh mit dem Ferrari. Ja, ist auch realistischer. Von einem Satelliten getötet werden oder eine Million bei McDonalds Monopoly gewinnt. Digger, what the fuck? Wie wird man überhaupt von einem Satelliten getötet? Geh mit dem Monopoly-Ding. Ja, ist auch deutschwahrscheinlicher.